Alpha, James, Alpha Ja, servus Leute, was geht ab? Euer James Alpha wieder hier und heute reagiere ich mal auf Friendzone von Katja Grasavice. Ist ja gerade in den Trends und ja, hören wir mal rein. Yeah. Okay. Du Bitch, gehst mir am Arsch vorbei. Arsch vorbei, Platin-Casino, ich bin Hardcore-Reich. Multimillionärin und der Halsverleih. Das ist ein Boss, Bitch. Baby, ich trage so viel Make. Okay, okay. Also Beat ist schon mal sehr cool. Ist auch wieder so EDM-Elemente, so der Bass. Und einen auf Club auf jeden Fall. Also zum Pumpen. Oder klar, im Auto oder so. Ist auf jeden Fall so ein Fire-Song. Ja, ein bisschen so einen auf den Putz hauen. Damit du sehen kannst, warum dein Freund wieder spät kam, spät kam. Er will mit mir nach Haus, will seine Nummer geben, was ist viel zu lang. Er hört nicht auf zu reden, sagt, ich seh gut aus. Doch das weiß ich sehr. Ja, das hier mit dem Drehen hat man doch auch schon, ich glaub bei, wer hat das gemacht? Mit diesem Drehen, Leute. Das war doch bei, ah, Sheeran David, glaub ich auch, he? Ich klopf auf seine Schulter, Bro. Ich komm gleich wieder. Ja, das hier. Gut. Okay, geile Effekte, geile Vocaleffekte auf jeden Fall. Ähm, ja, ist was Neues, was Freshes so. Ähm, und ja, hören wir mal weiter. Hör auf zu reden. Ah, geil. Das ist ein, ja, sieht fast aus wie ein Wolf. Aber ist wahrscheinlich so eine Mischung aus Hund-Wolf, denk ich mal. Hör auf zu reden. Ist auch immer krass, was sie macht, so mit den Männern. Hier so angekettet. Katja, Katja. Hör auf. Auch so eine krasse Dance-Kick. Wirklich jetzt so. Beziehungsweise, das war der Bass, aber. Und was mir auffällt. Hier, was mir krass auffällt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Kennt ihr das doch auch rein psychologisch. Jetzt mal im Ernst. Mal Real Talk. Die Frauen sind ja auch absichtlich irgendwie auf hässlich gemacht, finde ich, oder? Also fällt euch das nicht auf? Ich meine, die sind ja irgendwie, guck mal, diese Haare. Das ist so, so, so. So tust du die doch nicht schminken und tust da nicht. Und diese, diese extremen. Guck mal, Make-up und Sachen. Und sie ist natürlich auf jeden Fall sehr, 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 sehr festlich dargestellt. Achtet mal drauf. Schafft zu reden, sagt, ich seh gut aus. Doch das weiß ich selber. Also, aber gut gemacht natürlich. Also, mir ist es aufgefallen, aber es ist natürlich gut gemacht. Ich klopf auf seine Schulter, Bro. Ich komm gleich wieder. Renzel. Aber so Outfit-mäßig erinnert mich schon an Sharon David auf jeden Fall. Er hat sich auf jeden Fall schon so, aber gut, die, also kopiert ja eh eine von den anderen und dies, das, dralala. Ja, oft sieht man auch wirklich so dieses Pinke und dieses, ja doch dieses Pinke Outfit bei ihr. Tatsächlich ist sehr oft verwendet. Das ist aber auch ihr Markenzeit, finde ich. Oder es kommt eigentlich auch ganz gut. So, es ist auch ihr stärkster Kontrast, würde ich jetzt sagen. Ja, im Vergleich zu anderen Rapperinnen zum Beispiel. So, Alleinstellungsmerkmal. Okay. Jetzt kommt so ein Bridge-Part, so ein Steigerungspart. Dann geht's wieder ab, wahrscheinlich. Jetzt steigert sich das Ganze. Achtung. Ich klopf auf seine Schulter, Bro. Ich komm gleich wieder. Ja. Ja, geht. Stabil. Ich würde es mir jetzt nicht dauernd geben, aber... Okay. Okay, ich würde es mir jetzt nicht dauernd geben, so, aber... Auf jeden Fall stabiler Song. Gleich mal Daumen nach oben da lassen. Abonniert habe ich schon. Und ja, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Leute. Schreibt rein in die Kommentare, wie ihr den Song fandet. Wünscht euch noch einen Song. Schreibt den auch gerade unten in die Kommentare rein. Und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Drückt dazu auch auf die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer James Alpha.